Grüß euch meine lieben YouTube-Freunde! Ihr könnt euch doch bestimmt noch erinnern, wo ich euch die Tasse gezeigt habe. Die Kuxa-Tasse ist wirklich ein schönes Ding. Man kann es ja sehen hier. Ich habe sie schon benutzt, aber nicht richtig. Leider ist bei dem schönen Teil ein Riss entstanden. Kann man gut erkennen, ich trinke da so Kaffee, mein erstes Mal, habe ich gedacht, trinkst Kaffee. Sagt meine Frau, was machst du, was machst du? Ich habe es ja nicht gemerkt, also danach schon der ganze Kaffee da runter gerannt. Dann denke ich mir kurz fix, bin ich denn zu blöd daraus zu trinken? Ich habe doch auch so eine Kuxa schon. Trinke ich nochmal, läuft wieder der ganze Mist daraus. Ja, ist klar, wenn da drin ein Riss ist von hier bis hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so kann man es besser erkennen. Der ganze Mist ausgelaufen. Also lieber Mike, es ist echt eine superschöne Tasse, aber man kann nicht daraus trinken. Nicht mehr. Schade, dass da so ein Riss entstanden ist von nur einmal einen Kaffee daraus zu trinken. Naja, was soll man machen? So ist das Schicksal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal, euer Alpert. Pfiat's euch.